Bald suchen wieder zwölf Landwirte bei Bauer sucht Frau die große Liebe. Moderatorin in Karbause ist seit 13 Staffeln dabei. Im Interview spricht sie über den Erfolg der Kuppelshow. Bauer sucht Frau am 16. Oktober startet die neue Staffel auf RTL,12. Kandidaten machen in der aktuellen Staffel mit. Mehr über die Landwirte lesen Sie hier. 6. Oktober in Karbause verrät Erfolgsgeheimnis von Bauer sucht Frau. Frau Bauer sucht Frau geht am 16. Oktober in die 13. Staffel mit Moderatorin in Karbause. Sie führt die Zuschauer seit Beginn der Kuppelshow durch die Sendung und bringt die Landwirte mit ihren Traumfrauen zusammen. Ich glaube der Grund für den Erfolg von Bauer sucht Frau sind die Landwirte selbst, weil sie so authentisch sind, verrät in Karbause in einem Interview mit Bild der Frau. Statistisch gesehen sollen 17 Hochzeiten, 10 Kinder und 30 Paare so manchem Datingportal Konkurrenz machen können, meint die RTL-Moderatoren. Zwar möchte sie sich nicht für einen Landwirt spezifisch entscheiden, doch Bauer nennt im Interview so einige Publikumslieblinge als ihre Favoriten. Natürlich geht es mir da ähnlich wie den Zuschauern Josef und Narumol, Schäfer, Heinrich oder Philipp, unser erster schwuler Landwirt, sind um nur einige zu nennen, unvergessen. Auf die Frage hin, ob sie einen bestimmten Kandidaten aus der kommenden 13. Staffel besonders attraktiv findet, hat Inka Bause eine besondere Antwort parat. Ich sehe meine Bauern nicht unter diesem Aspekt, weil es ja auch nicht um mich geht, die sich verlieben soll. Ich bin mittlerweile ja in einem Alter, da sehe ich mich eher als die Mutti und die Bauern sind so wie meine Kinder. Ich möchte, dass es ihnen gut geht und dass sie glücklich werden. Ich bin die Kupplerin, mehr nicht. Ab dem 16. Oktober dürfen Bauersuchtfrau-Fanz Inka Bause wieder in Aktion sehen. RTL zeigt erstmals in Doppelfolgen die Kuppelshow. 28. September Gottfried und Elodia von Bauersuchtfrau Staffel 11 haben geheiratet. Wie das regionale Nachrichtenportal in Franken.de berichtet, hat sich ein ehemaliges Bauersuchtfrau-Path das Ja-Wort gegeben. Es handelt sich dabei um Milchbauer Gottfried und seine Elodia. Mit einem Oldtimer fuhren sie zur Trauung im Garten des Reiterhofs Würsberg, wo sie sich im Hochzeitspavillon vermählten. Trauzeugen waren Elodias beste Freundin Raquel und Gottfrieds Freund und ebenfalls ehemaliger Kandidat bei Bauersuchtfrau, Schweinebauer Simon. An der Trauung des Bauersuchtfrau-Paares konnten auch Gäste des Erlebnistags auf dem Reiterhof teilnehmen. Auch die Familien und Freunde von Elodia und Gottfried waren dabei darunter auch einige der Landwirte, die mit ihnen an der RTL-Show teilgenommen hatten. Mit ihren Partnerinnen Bruno und Anja, Albert und Sabine, Marcel und Katja, Norbert und Petra, Biobauer Gottfried und Claudia sowie Rainer, Manfred und Gunther. 21. September, Narumol und Josef sagen nochmal Ja zueinander. Erst im August soll es zum Hochzeitstag bei den beiden gekriselt haben, doch jetzt haben Narumol und Josef ihr Ehegelübde aufgefrischt. Das Kultpaar aus der fünften Staffel hat sich mitten in New York im Central Park noch einmal das Ja-Wort gegeben. Ich habe laut gelacht und geweint vor Glück. Es war so unglaublich schön und romantisch, sagt Narumol der Bild in einem Interview. Eine Ehe ist harte Arbeit. Wir haben schwere Zeiten gemeinsam durchlebt. Und wir wollten noch einmal ein Zeichen setzen, dass unsere Liebe wirklich hält, bis dass der Tod uns scheidet, sagte Josef im Gespräch mit das neue Blatt. Die beiden sind inzwischen seit sieben Jahren verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter heißt Jorefinne. 19. September, Pferdekutscheher Herbert hat keine Angst vor Gefühlen. Auch Pferdekutscheher Herbert hofft, nach vier Jahren Single-Dasein bei Bauer sucht Frau 2017 seine Traumfrau zu finden. Der 47-Jährige ist ein Romantiker und hat keine Angst davor, seine Gefühle zu zeigen. Der Ostfriese lebt alleine auf seinem Hof. Die Vorstellung, für den Rest seines Lebens alleine zu bleiben, macht ihn traurig. Ich wünsche mir eine Tierliebe und lockere Frau zum Pferdestehlen, heißt es deshalb im Steckbrief von RTL. Bauersucht Frau Kandidat Herbert betreibt hauptberuflich einen Pferdekutschbetrieb an der Nordseeküste. Es organisiert auch Planwagenfahrten mit anschließendem Räuberessen in seiner eigenen Gastronomie. Auf seinem Hof gibt es außerdem einen Streichelsug, neben Ponys, Haflingern, Hüdern, Gänsen und Schafen wohnen auf dem Hof. Auch ein Esel und ein Lama. 10. September RTL zeigt Bauersucht Frau komplett in Doppelfolgen. Till wird die neue Staffel von Bauersucht Frau erstmals komplett in Doppelfolgen zeigen. Endlich steht auch der offizielle Terminfest Auftakt. Der Kuppelshow ist am 16. Oktober um 20,15 Uhr. Dann wird die Zusammenfassung des üblichen Scheunenfestes ausgestrahlt. Insgesamt gibt es in diesem Jahr zwölf Kandidaten und sieben Doppelfolgen. 4. September Anton wünscht sich eine sportliche Frau bei Bauersucht Frau, hofft Biobauer Anton, seine Traumfrau zu finden. Der 33-Jährige geht gerne schwimmen oder radelt. Deshalb sollte seine große Liebe ebenfalls sportlich sein. Doch das ist nicht alles, worauf es dem Landwirt aus dem Allgäu ankommt. Auch seinen Kinderwunsch sollte die perfekte Frau teilen. Anton ist mit der Landwirtschaft aufgewachsen und lebt mit seinen Eltern Brigitte und Rudolf auf einem Biomilch-Wiebetrieb mit 60 Rindern. Der Hof hat 5 Hektar Forst und 32 Hektar Grün- und Ackerland. Auch wenn sich Anton keinen schöneren Beruf als den des Bauern vorstellen kann, ist er im Nebenberuf als Steuerfachwirt tätig. Mit einem bezaubernden Lächeln könnte die perfekte Frau Anton bei Bauersucht Frau um den Finger wickeln. Am besten sollte seine Traumfrau ihn begleiten, wenn er die Natur erkundet, denn in seiner Freizeit ist der Allgäuer am liebsten in Bewegung. Neben den Rindern gibt es auf dem Hof auch sieben Enten, zwei Hühner, fünf Katzen und einen Hund. 12. August Schäfer Heinrich hat Ärger mit der Polizei. Schäfer Heinrich, der einst bei Bauersucht Frau die große Liebe gesucht hat, steht offenbar im Visier der Polizei. Der 50-Jährige habe eine Tankrechnung nicht gezahlt und wurde deshalb von der Kriminalpolizei gesucht, so die Bild-Zeitung. An der Tankstelle habe er ein Eis gekauft und auch gezahlt, dabei aber völlig seinen Tankbetrag vergessen, heißt es weiter. Daraufhin habe er eine Vorladung der Kriminalpolizei Lippstadt erhalten. Gegenüber der Bild sagte der Junggeselle, es tut mir leid, ich habe mich so auf mein Eis gefreut und habe die Tankfüllung vergessen. Ich will nicht ins Gefängnis, ich muss doch meine Schafe versorgen. Es ist zu vermuten, dass der ehemalige Bauersucht Frau-Kandidat mit einem Bußgeld davon kommt. 8. August Mettelfahn Lothar sucht Frau fürs Leben. Da 49-jährige Lothar aus der Eifel hofft, bei Bauersucht Frau eine Begleitung für Motorradtouren und Reisen zu finden. Seine zukünftige Partnerin soll die Lust am Landleben mit ihm teilen und zu ihm stehen am besten bis zum Lebensende. Sein Betrieb besteht aus Grünlandbewirtschaftung und Ackerbau, wie er selbst erklärt. Der 49-Jährige besitzt 40 Kühe und Kälber, die handsam sind. Er ist nach eigenen Angaben nicht so der Schlagertyp, sondern hört lieber Heavy Metal. 3. August Nahrumol ist von Josef enttäuscht. 2009 hatten sie sich bei Bauersucht Frau kennen und lieben gelernt. Landwirt Josef und seine Nahrumol haben einander gefunden und ein Jahr später geheiratet. Seitdem gelten sie als das Vorzeigepaar bei Bauersucht Frau. Doch wie in einem Interview mit der Zeitschrift das neue Blatt deutlich wird, kriselt es aktuell in der Ehe. Denn zum Hochzeitstag hat Josef seiner Nahrumol nichts geschenkt, nicht einmal ein paar Blumen von der Tankstelle oder der Wiese nebenan. Nichts von ein paar lieben Worten ganz zu schweigen. Das tut mir im Herzen weh. Klagt die 52-Jährige im Interview. Dass sie sich daraufhin nachts in den Schlaf weinte, ließ Josef dann doch nicht kalt. Er pflückte ihr, so erzählt Nahrumol in der Zeitschrift, doch ein paar Blumen. Und überhaupt an Trennung denken die beiden trotz allem nicht. In einer Ehe gäbe es nun einmal Höhen und Tiefen. Manchmal ist man sehr glücklich, manchmal sehr, sehr traurig. So Nahrumol 31. Juli Ziegenwirt Michael erhielt wohl eine Absage von RTL. Einer der von RTL angekündigten Kandidaten wird nun doch nicht an der Sendung teilnehmen. Gegenüber der Allgemeinen Zeitung Rhein-Main-Presse soll der Ziegenwirt Michael von RTL im Vorfeld als Ziegenmichel vermarktet erklärt haben, dass er in der Sendung Bauer sucht Frauen nicht auftreten werde. Aus produktionstechnischen Gründen habe der Sender dem Landwirt eine Absage erteilt, kurz bevor die Dreharbeiten anfingen, so der 52-Jährige. Drei Tage vor dem Dreh des Scheunenfests von Bauer sucht Frau soll der Sender Michael angerufen und ihm mitgeteilt haben, dass er keiner der zwölf Kandidaten sei, deren Suche nach der großen Liebe von Zuschauern verfolgt werden wird. Auf der Webseite von RTL sind nach wie vor alle 16 angekündigten Kandidaten aufgeführt. Und auch das Prozedere im Vorfeld hatte Michael mitgemacht vom Sender vorselektierte, mögliche Herzensdamen hatte der Landwirt demnach schon vorliegen. 7,25 Juli Sabine und Albert haben ja gesagt, Bauer sucht Frau ist in erster Linie eine Möglichkeit einen Partner zu finden. Einige Paare trennen sich, doch manche finden über die RTL Kuppelshow auch die große Liebe. So war es wohl auch für Albert und Sabine. Sie haben am 15. Juli auf der Wasserkuppe in der Rhön geheiratet. Die offizielle Facebook-Seite von Bauer sucht Frau gratulierte dem frischgebackenen Paar in einem Post. Sabine und Albert haben endlich ja gesagt. Braut mit Schleier, zwei Herzen, Prinz, wir wünschen dem frischgebackenen Brautpaar von Herzen eine glückliche Zukunft. Postet bei Bauer sucht Frau on Samstag, 15. Juli 2017. Als Albert seine Traumfrau im weiß-blauen Hochzeitsdürndel erblickt, fallen sogar beim sonst trockenen Albert einige Tränchen. Ein Mann, der Emotionen zeigen kann, kommentiert Sabine den Gefühlsausbruch. Das Kleid der 50-jährigen Braut wurde von der ehemaligen Bauer sucht Frau Kandidatin Narumol genäht. Es ist ein Meisterstück bedankt sich Sabine für das Dirndl. Sabine und Albert haben sich in der 9. Staffel kennengelernt und sind das 16. Bauer sucht Frau Paar das Jahr sagt. Moderatorin in Cabrause konnte bei der Traumhochzeit nicht dabei sein. 11. Juli Traktor fahren Bernhard will eine Familie gründen bei Bauer sucht Frau will auch Bernhard sein Glück versuchen. Der 42-Jährige wird auch Benny genannt und lebt gemeinsam mit seinen Eltern Gisela und Otto auf einem Hof im Südschwarzwald. Der gelernte Land- und Baumaschinenmilch Anika kümmert sich nicht nur um die landwirtschaftlichen Aufgaben auf dem 17 Hektar großen Grün- und Ackerland sowie 2 Hektar Forst. Er sorgt auch leidenschaftlich gern für seine 20 Hühner und 2 Katzen. Außerdem verarbeitet er die Ernte seiner Obstbäume zu Schnaps. Für dieses Leben sucht Benny nun eine lustige und treue Frau zwischen 35 und 40 Jahren, mit der er eine eigene Familie gründen kann. Denn einen kleinen Benny über den Hof flitzen zu sehen, wäre schon schön, so der Landwirt. 3. Juli Geralt aus Namibia sucht eine taffe Frau, die auch sein Land liebten. Denn 9 Staffel von Bauer sucht Frau wirbt RTL mit ihrem jungen, attraktiven Bauer aus Namibia. So exotisch war es noch nie. Er selbst geht quasi täglich auf Safari. Seine 15.000 Hektar Land kann man bereits in einem kleinen Video auf RTL.de bestaunen. Was mir am meisten gefällt sind die schönen Momente im Freien mit den Tieren, so Geralt im Interview. Er hat sich bei Bauer sucht Frau beworben, verrät er schmutzend, weil ihm auf so einem großen Gelände selten durch Zufall eine Frau über den Weg läuft. Er wünsche sich eine taffe Frau, die auch mit anpacken könne. Die Moderatorin Inka macht für alle Bewerberinnen klar, wer sich für Geralt aus Namibia bewirkt, muss sich in ihn und das Land verlieben. Der junge Landwirt wird seine Rinderzucht nicht verlassen. 23. Juni Wieso Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bause selbst noch Single ist Inka Bause, Moderatorin von Bauer sucht Frau und damit so etwas wie hauptberufliche Verkupplerin, sucht schon seit längerem selbst nach dem eigenen Partner. Das hat sie in einem Interview mit der Zeitschrift Superilu erzählt. Dabei wünsche sie sich einen Mann an ihrer Seite, wie sie selbst sagt, woran es scheitert. Weil ich nicht die Männer finde, die mich wirklich interessieren, die den sprichwörtlichen Arsch in der Hose haben, mir Paroli zu bieten. Das ist bei mir nicht einfach. Auch hat die Moderatorin wohl hohe Ansprüche, der muss schon ein Kracher sein, sagte sie in dem Interview. 7. Juni So können sich Single Damen um die Kandidaten bewerben. Die Kandidaten wurden im TV vorgestellt. Nun sind Single Damen dazu aufgerufen, Kontakt zu den Bauern aufzunehmen. Die Landwirte wählen dann aus, wen sie beim Scheunenfest persönlich kennenlernen möchten. Die Bewerbung ist laut RTL über dieses Formular möglich. Es gibt auch eine Hotline mit der Nummer 0180-533-0003. Laut RTL liegen die Kosten aus dem Festnetz bei 0,14 Euro pro Minute und aus dem Mobilfunknetz bei maximal 0,42 Euro pro Minute. Alternativ sind Bewerbungen per Mail über Bauersuchtfrau at RTL.de oder diese Postadresse möglich. Magistivi GmbH Stichwort Bauersuchtfrau Potsdamer Straße 818.310.785 Berlin Den 5. Juni Kandidaten für Bauersuchtfrau stehen fest. Die Kandidaten für die neue Staffel wurden am Montagabend vorgestellt. 16 Landwirte suchen nach der großen Liebe. Mit Gerald ist zum ersten Mal auch ein Bauer aus Afrika dabei. Er betreibt in Namibia eine Rinderzucht mit 1300 Tieren und bewirtschaftet 15.000 Hektar Weide- und Ackerland. Alle 16 Kandidaten von Bauersuchtfrau 2017 stellen wir hier in unserer Bildergalerie vor Bauersuchtfrau. Das sind die neuen Bauern. Der 43-jährige Uwe aus dem Westerwald Rheinland-Pfalz betreibt auf 35 Hektar einen Milchviehbetrieb mit 32 Rindern und einem Hund. Foto RTL 4. Juni 2017 im Herbst startet Bauersuchtfrau 2017 im Herbst geht Bauersuchtfrau in die nächste Runde. Den genauen Termin gibt RTL erst später bekannt. Am Pfingstmontag wird Inka Bause aber die Kandidaten der neuen Staffel vorstellen. AZ Z